Hi Leute, in diesem Video zeige ich euch, wer schon immer wissen wollte, wo die Busse von der Johanniter stehen und wo das Johanniter Hauptquartier ist, zeige ich euch. Let's go! Also, ich befinde mich in Tracer bei der Tankstelle Eul und bei diesem Gebäude, beim Athletic, jetzt zeige ich euch das Johanniter Hauptquartier Das Schild führt in Richtung Johanniter Hauptquartier Das Hauptquartier ist da unten Und da hinten stehen noch die Busse Wer mal zu den Johannitern hingehen möchte, muss er nur noch da hinten hingehen Ganz einfach Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ciao!